Mit dem Alpina B7 Facelift präsentieren die Allgäuer auf dem Genfer Autosalon 2019 ihr aufgefrischtes Luxusmodell. Unter der mächtigen Haube arbeitet nach wie vor der 4,4 Liter V8-Biturbo-Motor mit 608 PS. Die neue Optik teilt sich das Alpina B7 Facelift mit dem überarbeiteten BMW 7er. Das maximale Drehmoment von 800 Newtonmeter liegt beim Facelift bereits bei 2000 Umdrehungen pro Minute an. Die Fahrleistungen liegen auf Sportwagenniveau. Der Sprint auf 100 gelingt in nur 3,6 Sekunden. In der Spitze sollen 330 Kilometer pro Stunde drin sein. Der Innenraum wird von neuen digitalen Instrumenten im Alpina-Design und feinsten Materialien bestimmt. Das serienmäßige Infotainment verspricht modernste Kommunikations- und Connectivity-Funktionen. Dank verschiedener Fahrmodi soll die V8-Limousine höchsten Fahrkomfort oder auf Knopfdruck auch Sportwagen-Feeling bieten. Die Mittel zum Zweck eine Luftfederung an beiden Achsen und eine Integral-Aktivlenkung. Stets an Bord des nur als Langversion erhältlichen Alpina B7 Facelift ist der Allradantrieb. Der Grundpreis liegt bei 154.800 Euro. Bestellt werden kann ab März 2019. Die Auslieferungen sollen im Sommer beginnen.